Wenn unser Land bedroht wird... Vorgestern verschwand ein X5-Nuklearsprengkopf. Lautet sich um. ...brauchen wir die ultimative Waffe. Hier bin ich. Der legendäre MacGruber. Halte ihn lange genug hin, um ihn zu orten. Ich kenn nicht aus mit sowas. Lass mal auf, du Stück. Aufgelegt, hast du ihn? Nein. Mist, geht das Ding denn? Gefahr hat einen Namen. MacGruber. Gruber, Gruber? MacGruber. Hab ich auch gehört, Vicky, Herrgott. Dä, dä, dä. Es tut mir so leid, Schatz, es tut mir so leid. MacGruber. Klassischer MacGruber. Jetzt auf Blu-ray und DVD.